Wir waren in Holland und haben Sissigkeiten gekauft. Und probieren wir jetzt. Irgendwie aus wie so... Das ist ein Donut. Einer ist geformt. So, next. Diese Törtchen. Da steht Rumbota Koeken. Okay, das ist ein bisschen hart. Das schmeckt noch nicht. Die Klaju schmeckt nach Wachs. Kann man das überhaupt essen? Weiß ich nicht. Das schmeckt nicht. Next. Oreo. Ramell und Vanille. Oha. Das hat so zwei Schichten übrigens. Okay, das schmeckt. Next. Das ist eine Schokoladentafel. Ich habe das nur mit Klaju, weil da ein C drauf ist. Ist das nicht ein G? Nein. Das ist ein C. Schmeckt nach Schokolade, Schichi. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Was fandest du jetzt am leckersten? Das ist mein Favorit. Meins auch. Cakepop-Donuts war so... Es sind halt Donuts. Das schmeckte so gar nicht. Teig war lecker. Teig war lecker.